So sollte es nicht aussehen. Das Ende einer Sicherung. Damit Ihrer Elektroinstallation so etwas nicht passiert, entwickeln wir Technik mit höchstem Sicherheitsstandard. Sicherungen schützen vor den Folgen auftretender Überlastströme und Kurzschlüsse. Dadurch werden Gebäude, Anlagen und insbesondere Personen zuverlässig vor Schäden bewahrt. Siemens bietet Sicherungssysteme für die Anwendungsbereiche Leitungsschutz, Geräte- und Anlagenschutz sowie SITOR-Sicherungen für den Schutz von Leistungshalbleitern. In unserem Portfolio finden Sie alle am Markt gängigen Systeme. Von NH, DiaZ, NeoZ-Sicherungen über das Klaas CC-Sicherungssystem bis hin zum Zylindersicherungssystem. Der Blick in das Innere einer NH-Sicherung. Von enormer Wichtigkeit ist die Dimensionierung des Schmelzleiters und die Positionierung der Lotpunkte. Essentiell für eine zuverlässige Löschung. Quarzsand einer genau definierten Zusammensetzung wird in die Sicherung eingefüllt und in einem speziellen Verfahren verdichtet. Generell unterscheidet man zwei Fehlerarten. Die Überlast und den Kurzschluss. In beiden Fällen schaltet die Siemens-Sicherung den fehlerhaften Stromkreis sicher ab. Im Falle der Überlast im Stromkreis erwärmt der Stromfluss den Schmelzleiter an den Engstellen. Die Stromwärme bringt das Lot zum Schmelzen. Dadurch erfolgt eine Schwächung an der Engstelle nahe des Lotpunktes, bis der Schmelzleiter an dieser Stelle unterbrochen wird. Dieser Vorgang dauert im Normalfall mehrere Minuten bis zu einigen Stunden, abhängig von der Höhe des Stromes. Weitaus spektakulärer sind die Auswirkungen bei einem Kurzschluss. Die hohe Energie des Kurzschlussstromes unterbricht die Engstellen des Schmelzleiters in Bruchteilen von Sekunden. Der daraufhin entstehende Schaltlichtbogen an den Trennstellen wird zuverlässig im Quarzsand gelöscht. In dieser Echtzeitaufnahme zeigt sich das schnelle und sichere Abschalten der Siemens-Sicherung. Das verheerende Abschaltverhalten des Mitbewerbers wird vor allem in der nachfolgenden Zeitlupenaufnahme ersichtlich. Der Schaltlichtbogen tritt aus der Sicherung aus. Nicht selten explodieren derartige Sicherungen minderer Qualität und der Schaltlichtbogen weitet sich als Störlichtbogen auf weitere Anlagenteile aus. Betriebsausfälle sind die Folge. Menschenleben sind gefährdet. Hohe Qualität zahlt sich aus. Mit den Produkten von Siemens ist Ihre Elektroinstallation sicher. Wir bieten Ihnen und Ihrer Anlage den optimalen Schutz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017